So, meine lieben Freunde und willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Wir haben es mittlerweile 5 vor 1, also schön mitten in der Nacht. Ich bin immer noch wach und ich würde mal sagen, wir machen jetzt den nächsten Part. Hier haben wir erstmal wieder eine reiche Thorium-Ader. Wir sind auf der Jagd nach Katzenfleisch. So makaber das klingt. Das war der O-Ton des Quest-Gebors. Ist das da eine Höhle oder ist das eine Höhle? Das sieht doch noch nach einer Höhle aus. Ich weiß, dass es hier irgendwo noch die Quest gibt, sie werden so schnell erwachsen. Das habe ich ja damals auch mit meinem Magier gemacht. Ihr erinnert euch vielleicht. Lang ist's her. Das ist einer der meistgeklicktesten Parts vom Magier. Weil ich den Part auch genannt habe, sie werden so schnell erwachsen. Und das ist halt der Quest-Text von dieser Quest, wo man dann diesen Winterquell-Säbler bekommt. Haben wahrscheinlich einige Leute gezielt nachgesucht. War natürlich in der Hinsicht kein Guide. Was vielleicht den einen oder anderen damals verstimmt hat, aber ich habe auch, ja... Ich meine, generell habe ich immer oft das Gefühl, dass manche Leute, die ein Let's Play hier sehen, denken, das ist irgendwie so ein Guide oder sowas. Und das dann entsprechend bewerten. Aber de facto sieht man doch eigentlich schon an der Überschrift Let's Play, dass wir hier eine bestimmte Art von Spielerlebnis haben. Dass sich nicht anmaßt, irgendwie auch nur ansatzweise irgendwie die Anforderungen an einen Guide oder ein Erklärvideo zu stellen. Also die Anforderungen an sich selbst zu stellen, ein entsprechendes Video zu sein. Das ist halt nicht der Fall. Umso rasch da bin ich dann halt immer, wenn solche Kommentare kommen. Ich bekomme sehr, sehr viele Kommentare, gerade auf ältere Videos. Das, was, äh, ja, eigentlich auch keiner von euch mitbekommt. Aber da ich ja mittlerweile doch eine relativ große Fülle an Videos habe, bekomme ich dann doch recht regelmäßig Nachrichten auch auf ältere Folgen. Da habe ich dann manchmal auch echt Probleme zu folgen und zu verstehen, was die denn, was die Leute eigentlich von mir wollen. Denn gerade wenn es so um ältere Parts geht, ähm, schon wieder ein blauer... Och, da oben haben wir auch ein Arcane-Kristall bekommen, das ist mir gar nicht aufgefallen. Wenn es gerade, wenn es um ältere Folgen geht, ähm, dann habe ich oft auch Probleme, auch nicht mal unbedingt nur WoW, sondern auch in anderen, andere, andere Spiele. Da habe ich dann öfter mal Probleme zu verstehen, was denn die Leute überhaupt von mir wollen, weil ich einfach inhaltlich überhaupt nicht mehr drin bin. Wenn wir zum Beispiel irgendwie eine, 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 eine Folge auch von, von Gothic nehmen, von Gothic 1, ja, das ist, ich weiß nicht, von wann ich das gespielt habe, 2015 vielleicht. Oder sogar noch älter. Das ist halt einfach, ja, da bin, da bin ich nicht mehr up-to-date und da muss ich dann erstmal gezielt nachgucken und verstehen, was, was, worauf bezieht sich der Kommentar. Oder auch die alten, ich habe ja mal so eine, so eine Reihe, das ist eigentlich das Erfolgreichste, was ich, was ich auf diesem Kanal je gemacht habe. Die Random-Mit-Reihe, wo ich, äh, verschiedenste Spiele, äh, anspiele, auch, auch so, gerade so, so, das sind die, 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 die absoluten Kracher bei mir. Das sind die, die, ähm, Tivola Games, so alte Spiele aus meiner Kindheit, die ich mühevoll irgendwie hier auf dem PC wieder zum Laufen bekommen habe. Und, äh, die sind sehr, 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 sehr beliebt. Das ist, das glaube ich, gerade, ich glaube, das, das beliebteste Spiel auf meinem Kanal ist, äh, Video ist Hexentanz und Vierlefanz. Das ist ein, äh, äh, ähm, äh, ein altes, äh, ein altes Kinderspiel von mir. Das habe ich, äh, habe ich mir die Vollversion, äh, irgendwie mal bei Amazon ganz günstig gekauft oder bei Ebay. Er steigert und, äh, das ist total beliebt, das ist, geht total, für meine Verhältnisse total beliebt. Ja, das hat jetzt nicht 10.000, 200.000 Trilliare den Videoaufrufe. Nein, nein, so ist es nicht, aber es ist schon, da kommen regelmäßig Leute, äh, äh, hin. Und das ist, und da bekomme ich dann halt auch regelmäßig, äh, äh, Nachrichten. Und da, dann muss ich dann immer gucken, um zu verstehen, was die wollen, muss ich dann ab und zu doch mal wieder ins Video gucken. Aber da geht es noch gerade so. Schlimmer ist es dann irgendwie auch bei, bei, bei so Gothic 3 Videos oder so, wo ich, äh, überhaupt gar, wo es halt wirklich auch um Story geht und wo ich überhaupt gar keinen Schimmer mehr habe, was denn da, was denn da lief. Ja, das ist dann immer, oder halt auch bei alten WoW-Folgen, da, das ist dann auch oft so, dass, äh, vielleicht auf den einen oder anderen Kommentar eingegangen wurde, den ich da abgelassen habe und ich kann mich da halt gar nicht mehr dran erinnern. Deswegen bin ich auch mal sehr, sehr dankbar, wenn die Leute, wenn sie auf irgendwas von, auf, wenn sie auf irgendwas eingehen, was ich gesagt habe, wenn sie dann immer, äh, die Stelle markieren, äh, wo ich das gesagt habe, damit ich dann einfach zack klicken kann, dann weiß ich, was ich gesagt habe und dann kann ich darauf auch, äh, antworten, weil meistens kommt es mir dann doch relativ schnell in, äh, Erinnerung, was ich damals gesagt habe. Man glaubt es kaum, aber sowas merkt man sich irgendwie, ja. Das Gehirn ist doch überraschend tragfähig. Ja, Katzenbarger, ich habe es euch gesagt, das war der O-Ton. Äh, Shirotham. Zeit für den großen Abschlusskumpel. Shirotham schleicht im Norden umher. Der größte Frostsäbler, den es gibt. Ihr solltet euch geehrt fühlen. Es gibt keine größere Herausforderung für einen Jäger. Und wenn ihr die Belohnung gesehen hättet, die mir von diversen Leckermäulen angeboten wurde, die ein Stück von diesem Kerl haben wollen, würden euch die Augen ausfallen. Sobald ihr ihn erledigt habt, kommt zurück zum Lager. Ihr wollt unseren Frostsäbler, ihr wollt unsere Frostsäbler-Population schließlich nicht an einem Tag ausrotten. So wie die mich hier scheuchen. Man könnte mir meinen, dass sie das tatsächlich wollen. Und dann ist der Kerl wahrscheinlich da oben auf dieser Landzunge. Oder da unten. Auf dieser Felszunge, nicht Landzunge. Ne? Hier ist er. Kann man diese Wintersäbler-Quest überhaupt als Hordler machen? Weil die da oben ja Allianz sind. Vielleicht geht das ja gar nicht. Oder ich muss mir erst einen entsprechenden Ruf erarbeiten. Ich habe auch keine Ahnung. Sonderseits weiß ich auch nicht, wie das irgendwie möglich sein soll, wenn ich hier die ganze Zeit doch mir alle Mühe gebe, hier die Wintersäbler-Population wirklich tatsächlich auszurotten, um mal wirklich die Worte wieder des kleinen Goblins zu wählen. Das muss man nicht verstehen, glaube ich. Selbst um diese Uhrzeit findet man doch hier und dort immer mal wieder einen Kollegen, der hier zockt. Klar, in Battle for Azeroth oder in den aktuellen Gebieten ist das immer nicht überraschend. Aber hier in den Vanilla-Gebieten und gerade vielleicht auch solche abgelegenen Orte wie Winterquell. Winterquell ist jetzt nicht so easy-peasy zu erreichbar und da geht vielleicht nicht jeder hin. Es ist dann doch überraschend hier um diese Uhrzeit jemanden zu sehen. Aber erfreulich. Ich finde das immer schön. Hat irgendwie was Sinnliches. Ich kann das jetzt kitschig kriegen. So, hier. Shiorotan. Und hier die Windeier. Das war's. Das sagt mir jetzt nicht, wir sind fertig in Winterquell. Ich glaube, wir sind tatsächlich fertig in Winterquell. Das gibt's doch gar nicht. So schnell. Dann bin ich, äh, bin ich wirklich überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir Winterquell so schnell abschließen. Aber dann bedeutet das, dass man diesen Winterquell-Säbler als Hordler nicht bekommen kann. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber, und korrigiert mich, falls ich falsch liege. Weil ich kenne mich auf Hordenseite überhaupt nicht aus. Aber ist es möglich, als Hordler den Winterquell-Säbler zu bekommen, die man auf Allianzseiten bekommen kann? Wie wir es auch schon mit unserem Magier gemacht haben. Ihr erinnert euch vielleicht. Gibt's jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt. Also ich glaube, das geht nicht als Hordler. Oh, da hinten. Oh, kommt zu mir. Ich glaube, ich werde jetzt übrigens nochmal nach Orgrimma. Werde mir nochmal eine andere Waffe holen. Schau mal, hier nochmal ein paar schlammige Beutel. Crap drin ist. Habe ich die denn hier? Ich weiß mal nicht, welche Kreatur die gedroppt hat. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall auch nochmal nach Orgrimma. Und dann werde ich mir überlegen, wohin ich als nächstes gehe. Also ich, was heißt, ich kann mir auch jetzt überlegen. Winterquell sind wir durch. Und das haben wir alles fertig. Teufelswald durch. Teufelswald durch. So, Atschara durch. Dorota wollte ich nicht, weil das Stadtgebiet ist. Durch Steinkrallengebirge. Wir waren im nördlichen Brachland. Wir waren im südlichen Brachland. Wir waren in Desolays. Wir haben in Mulgol gequestet. Wir haben in den Düstermarschen gequestet. Wir haben in Tausendnadeln gequestet. Wir haben in Feralas gequestet. Silithus waren wir noch nicht. Ungoro waren wir noch nicht unter Zeit. Und Tanaris waren wir noch nicht. Das bedeutet, uns wird der nächste Weg nach Tanaris führen. Von Tanaris dann nach Ungoro. Und von Ungoro dann nach Silithus. Wenn wir dann in Silithus durch sind, werden wir den Kontinent wechseln. Und zu den Eastern Kingdoms übersetzen. Aber dazu dann mehr, wenn es dann soweit ist. Orgrimma. Warum Orgrimma, fragt ihr jetzt. Wenn ich doch direkt auch nach Thunderbluff fliegen könnte. Was ja auf dem Weg nach Tanaris liegt. Der Grund ist ganz einfach. Ich möchte gerne meine Waffe transmogrifizieren. Weil es den Transmorg-Lehrer halt wirklich nur in Orgrimma geht. Eine Tatsache, die ich bis heute nicht ganz verstanden habe. Den habe ich übrigens noch nicht erledigt. General Kolbatan. Aber egal. Glaube ich irgendwo zur Sicht, wenn ich nicht erledigt habe. Eine Tatsache, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Denn warum sollte es einen Transmog-Lehrer in Orgrimma geben, aber nicht in Thunderbluff? Ganz so schweigen, dass es von der Übersicht und der Erreichbarkeit ohne Flugmount, das ist einfach. Orgrimma ist eine Katastrophe. Vergleicht mal Orgrimma mit Sturmwind. Sturmwind ist eigentlich quasi alles Wichtige, alles Wichtige zu Fuß innerhalb von 5 Sekunden im Stadtviertel zu erreichen. Ich gucke noch mal ganz kurz, zack. Komm schon hier. So. Handelsdistrikt. Alles, was eigentlich wichtig ist, finden wir im Handelsdistrikt. Ohne Probleme. Transmog-Lehrer, AHA, Bank. Alles, was wichtig ist, finden wir hier. Die Berufe finden wir dann hier noch überall, aber das ist eigentlich das Wichtigste. Portale sind im Magierviertel, aber das sagt auch schon der Name. Es ist einfach mega übersichtlich, indem diese abgeschotteten Bereiche, Handelsdistrikt, Magierviertel, Kathedrale, Zwergendistrikt und die Altstadt mit Anwendung zu Burg Sturmwind. Und der Hafen hier vor mir noch, der dann mit Legion war es, glaube ich, oder mit Warlords of Draenor. Ne, mit Legion. Ich weiß es nicht, der kam irgendwann auf jeden Fall dazu. Den gab es in der Art vor. Also nicht so ausgebaut. Also viel übersichtlicher. Und wenn man dann jetzt nach Ogrimma geht, es ist eine Katastrophe. Okay, es sieht jetzt auf den Anfang, auf den ersten Blick auf der Map, sieht es mega übersichtlich aus. Aber das ist schon wieder, was mich an Ogrimma so stört. Was auch mein Hauptkritikpunkt ist, ist, dass es auf so vielen Ebenen ist. Es gibt einen Bereich, der ist komplett unterirdisch. Es gibt das, was auf ebener Ebene sich abspielt. Und es gibt das, was auf oberster Etage ist, wo auch dann der Flugmeister und etc. pp. ist. Das ist halt... Ja, fragt mich nicht. Ich finde das nervig. Mich stört das. Mich stört das. Mich stört das ganz massiv. Und deswegen ist Ogrimma von allen Hauptstädten, in denen ich je war, es ist meine unbeliebteste. Ich finde Under City besser. Ich finde, also bei der Horde würde ich sagen, Thunder Bluff, Under City. Ogrimma, jetzt die Hauptstädte der Goblins und der Blutelfen. Ich weiß nicht mal, welche Hauptstadt die Goblins haben. Die zähle ich gar nicht dazu. Also gerade auch von den Blutelfen weiß ich zufälligerweise, wo sie ist. Ich weiß nicht mal gerade, wie sie heißt. Ja, Silbermund. Ja, das ist auch eine Katastrophe. Aber da kenne ich mich auch überhaupt nicht aus. Also ich glaube, Silbermund ist die am wenigsten bevölkerte Hauptstadt in ganz WoW. Auf Seiten der Horde. Kein Schwein geht nach Silbermund. Kein Schwein. Obwohl die sich da im Zweifel echt viel Mühe gegeben haben, Silbermund eine gewisse... Vielleicht hat Bedeutung zu verschaffen, die Entwickler. Aber es ist halt einfach... Es ist eine tote Stadt. So wie sich in WoW die Hauptstädte auch immer wieder verschoben haben, so ist auch Sturmwind und auch Orgrimma, die sind immer irgendwie im Mittelpunkt geblieben. Es sind immer die Festungen in Azeroth geblieben. Also wenn es um Kalimdor und die östlöstlichen Königreiche geht, da ist einfach eine Tatsache, da war einfach Orgrimma und auch Sturmwind. Und das waren halt einfach zwei feste Konstanten, die immer da waren. Und die auch einfach wahrscheinlich immer da bleiben werden. Ganz einfach. Das ist gar nicht... Ach, das sind einfach nur hier Haustier. Ne, ich nehme jetzt keine Haustier-Quest-Gedunz-Geschichten an. Ähm... Ich werde jetzt erstmal kurz die Post leeren. Oh, wie sind das tatsächlich alles losgeworden? Den Stab nicht. Genauso wie den großen Opalen nicht. Aber das Zitrin, die Ballen, Essenz des Untodes, Essenz des Lebens, die Perle, den Magiestoff, den Teufelsstoff und das Mitrierz. Sehr, sehr nice. Ich habe ja nochmal einen Schrott, Magro. Das kann weg, das kann weg. Das behalte ich. Behalte ich auch. Behalte ich auch. Das kann weg. Das behalte ich. Das behalte ich. Das kann weg, behalte ich. Das kann weg. Kann weg, kann weg. Kriegsbärenjäger aus der Schasse. Und tschüss. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Ich habe ja noch Silber-Dietrich, aber ich glaube, mit diesen Silber-Dietrichen bekomme ich diese Echtsilber... Echtsilber ist es ja nicht mal Echtsilber, aber diese... äh... Stärschließkassette bekomme ich damit nicht auf, oder? Ja. Bis zu 25 in der KF, voll vergessen. 25 ist ja mal ein schlechter Scherz, ey. Habe ich ein Angebot für euch. So. Pro Einheit, Kinder. Wert... 46. Machen wir mal 33, 44. Zack. Richtiger Schnapper. 3 Gold, 4 Gold. Zack. 3.333. 4.333. Diese komische Spinnenseide. Machen wir 44. Und 50 Gold. 14, 15 Gold. 11 und 12 Gold. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, weil ich es nur lieb verkaufen kann. 9 Gold. 10 Gold. 9 Gold. Äh... 98. 99. Dann machen wir mal zwei Stapel. Ich verkaufe die einzeln. So. Echtsilber. 11, 12. 1 Gold, 2 Gold. 48. 49. 2 Gold, 3 Gold. Boah, dickes Leder, das war ganz schön viel wert. 19. Da wird der Price auch nicht gedampft. 209, da habe ich ja irgendwo gerade noch einen Arcan-Kristall bekommen. 298. 298. 299. Arcan-Kristalle gehen weg wie warme Semmels. Die sind nichts wert, aber... 95 und... 0. 90. 94, zack. Ja, die habe ich für weitaus mehr verkauft letztens. 65, ja. Zack. So, das verkaufe ich jetzt richtig billig zu verkaufen. 50, weil uns das ja auch nur 100 Gold gekostet hat oder so. Hoffen, dass das jemand wegsnipet und denkt, dass es mega was selten ist. Das wäre sehr schön. Gut, liebe Leute, ich mache an dieser Stelle Pause. Im nächsten Part machen wir weiter. Winterquell ist damit durch, liebe Leute. Und ja, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ciao! Sous-titrage ST' 501